Marc und ich kennen uns seit wir kleine Kinder sind. Am liebsten machen wir gemeinsam Sport und am allerliebsten gehen wir gemeinsam Skifahren. So geschehen, vergangenes Wochenende in Obertauern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut gemacht! Harte Wadu, du wolltest sagen, ich habe harte Wadu. Bis zum nächsten Mal!